Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind jetzt gerade noch in der neuen Folge, mit der er ein bisschen mit dem Erdbauer beschäftigt ist, aber nicht lange keine Panik. Ich möchte den Weg ein bisschen ausgraben, möchte ihn mit dem Beton versteigen und vielleicht ein kleines bisschen graben. Vor allem möchte ich aber mal probieren, ob ich den Erdbauer auch reparieren kann, mit einem Reparaturkip oder ob ich irgendwie den anders reparieren muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, da ich jetzt das erste Mal den Erdbauer einsetze und er das erste Mal gleich auf dem Öl sein wird. Bin ich mal selber sehr gespannt, wie es aussieht, aber ich glaube wir kriegen es hin. Level 60 haben wir gerade erreicht, ist sehr schön. Und ja, Basisausbau steht im Vordergrund, allerdings werden wir in dieser Folge, das kann ich versprechen, auch looten gehen, das ein oder andere Gebäude. Wir werden uns rauswagen und 17.40 Uhr, müssen wir mal schauen, wagen wir uns raus? Ja, wir wagen uns eigentlich gleich raus, das ist eigentlich blödsinn, wenn ich jetzt nicht looten gehe. Weil die Zeit läuft mittlerweile, ja, um einiges schneller ab. Ich habe mittlerweile die Zeit auf 40 Minuten pro Tag begrenzt, vorher waren es 60 Minuten, also wir haben 20 Minuten pro Tag weniger eigentlich Zeit zum, ja, insgesamt weniger Zeit. Das ist Tag- und Nachtzyklus letztendlich in einem vereint. Was ist denn hier kaputt? Alter, sind wir hier schon drin? Man muss mit dem Minibike übrigens aufpassen bei solchen Aktionen. Das kann auch mal tierisch ins Auge gehen. So. Ich glaube, hier drin war ich noch nicht. Oh, das hieß sowieso. Was ist das denn für ein Haus? Äh. Rechtzeitig eing... Ah. Oh Gott. Okay. Äh. Äh. Danke. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Wir haben das Problem, dass wir jetzt Level 60 sind. Bedeutet, wir haben sehr viel mit, äh, Farid Zombies zu tun und mit, ja, mit Spider Zombies, Farid Zombies, alles mögliche an Zombies. Ich möchte eigentlich ungern da runterfallen. Denn da in dem Schrank hocken hundertprozentig, ob der ein oder andere Zombie garantiert drin. Was soll ist das denn? Hä? Äh. Was ist das? Äh. Hä? Jetzt mal ohne Witz. Ich hab... Was ist das für ein Zomb... Das sind keine... Ist das brenn... Sind das nur brennende Zombies? Sind das die brennenden Zombies, die sich so anhören? Ich hab das noch nie gehört. Das Haus ist auf jeden Fall mega krass. So ganz ohne Boden ist extrem schwierig auch zu looten, denn ich glaube, man würde ja auch runterfallen. Und das hört sich mega krank an. Ah, guck mal, da oben ist noch ein Schränkchen. Nitrat immer gut. Vor allem den Müll durchsuchen. Es wäre... Ne, da geht's, glaube ich... Ach, guck mal hier. Tatsächlich, das sind nur die brennenden Zombies, glaube ich. Bist du tot? Ja. Also wir sind im verbrannten Biom unterwegs. Müssen aufpassen, dass wir nicht überhitzen. Aber ich glaube nicht. Ah, guck mal, da liegen Medikamente rum. Oh ja, eine Schiene. Schiene ist sehr gut. Da haben wir nämlich verdammt wenige. Die Geräusche. Ich muss aufpassen, dass ich... Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwann gleich durch den Boden durchbrechen werde. Okay, hier ist keiner. Oh. Ah, oben auch. Ja, hier sind aber links... Hier sind... Wirklich gerne mal Farid-Zombies. Oh, das Gebäude ist ja mega krank. Ah, was haben wir hier? Öl. Ölschiefer. Könnte man, glaube ich... Ich glaube, man kann damit Benzin herstellen. Ich habe es, glaube ich, noch nie hergestellt. Man kann das im Verbrannten Bion, kann man das abbauen. Wie, äh, Kohle beispielsweise. Oder konnte man zumindest abbauen. Ist da was drin? Ah! Uh, okay. Ähm. Kommen wir da irgendwie anders hin? Vor allem, wo will dieser eine Zombie durch? Ich will da nochmal hin. Ich möchte gerne da rüber. Das sieht nämlich so aus, wie wenn man da hinkommt. Und wahrscheinlich kommt man da in den anderen Raum hier rüben rein. Wieso hing ich hier fest? Ach, deswegen. Man kann hier nicht hochspringen, weil hier die Dinger im Weg sind. Deswegen wurde ich gerade zur Seite gedrückt. Bingo. Komm ich da. Boah. Ja. Nice. Ja. Okay, den einen Schlag, der sei ihr gegönnt. Alter, vom Dach sogar. Aber ich muss sagen, die Häuser haben es echt mega cool gemacht. Äh, Inventar ist leider voll. Ganz toll. Und gut. So, das können wir zerlegen. Ähm. Mir wurde übrigens in den letzten Folgen, wurde mir auch angekreidet, dass ich ein bisschen unlogisch Dinge zerlege. Das ist durchaus, äh, ja. Ist durchaus die Wahrheit. Allerdings, es ist auch relativ egal. Guck mal hier. Glas brauchen wir auch beispielsweise gar nicht. Das ist schwierig. Das kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Äh. Wir sind mittlerweile in einem Status angekommen. Da kann ich auch gerne mal irgendwas Sinnvolles zerlegen. Es, wir haben genug mittlerweile von allem. Was man nicht zerlegen sollte, wäre beispielsweise ein Erdbohrer oder irgendwelche High-Level-Waffen oder ein Scharfschützengewehr oder sowas. Das wäre eher ganz, ganz unklug, wenn man sowas zerlegt. Allerdings, wenn man mal aus Versehen mal irgendwie Geldscheine zerlegt oder irgendwas anderes zerlegt. Naja. Da können wir auch mal drauf verzichten. Das ist jetzt nicht so wichtig. Äh, gerne ist mal oben auf dem Kamin auch irgendwie eine Tasche noch oder irgendwas anderes. Ah, guck mal da hinten ist ein... Ist ein Rocker-Zombie. Immer diese Rockers. So, Keller haben wir noch. Ich glaube, den Rest haben wir jetzt dann eigentlich, oder? Da war die Küche. Da ist noch ein Brenn... Ah, brennendes Fass. Ich muss aufpassen, also man kann hier ohne Probleme relativ easy durch den Boden durchbrechen. Oder man arbeitet sich selber durch, so wie ich gerade. Ah, guck mal ne... Uh, aber destroyed. Aber immerhin eine Werkbank. Was hier sonst leider nichts mehr. In der destroyeden Werkbank haben wir auch nichts. Bist du das, der hier die ganze Zeit so Remigemi macht, mein Freund? Du bist noch nicht tot. Jetzt bist du tot. Seid ihr das? Ah, guck mal. Hier geht's in den Keller. Sehr schön. Oh, 21.11. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Kollegen fangen gleich an zu rennen. Wir haben eh keinen Platz mehr. Waschmaschine. Ich glaube, ich werde die Klamotten gleich zerlegen müssen. In den Wäschekörben kann auch ab und zu mal was drin sein. Komischerweise noch kein Feral Zombie gesehen bis jetzt. Ich würde gerne die Kiste noch mitnehmen. In der Kiste kann nämlich drin sein, unter anderem Teile fürs Motorrad oder auch fürs Auto. Motoren. Ja, oder auch fürs Fahrrad. Das kann weg. Boah. Ja, komm. Trübes Wasser kann auch weg. Dann nehme ich lieber das Zeug mit. So, wir müssen jetzt allerdings wieder gehen. Wir haben 21.40 Uhr. Ich würde ungern hier unten sein. Wenn gleich Nacht ist. Weil gleich fangen sie an zu rennen. Out of stamina. Ganz schön. 21.48 Uhr. Ich will zu meinem Minibike. So, dann werden wir in der Folge noch ein bisschen... Also, wir haben ein bisschen gelootet. Ist jetzt leider geschuldet. Dadurch, dass ich ja nur noch 40 Minuten habe. Das heißt, ich glaube, es sind nicht ganz 20 Minuten. Es müssten so 25 Minuten, glaube ich, sein Tag. Und der Rest danach, die 15 Minuten. Ungefähr. Ist es nicht mehr ganz so aufgeteilt. Habe ich natürlich ein bisschen weniger Zeit auch zum Looten. Allerdings gehen wir auch halt die Tage schneller um. Und ich glaube, es ist eine gute Lösung. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich die Zeit so lassen soll. Oder ob ich sie vielleicht sogar noch tiefer setzen soll. Wobei, noch tiefer würde ich eigentlich ungern gehen wollen. So, wir tanken nochmal nach. Jetzt bauen wir dann ein bisschen in der Basis rum. Hier dürften wir eigentlich nichts passieren. Ich weiß, ich habe gerade die Klappe offen gelassen. Aber, dass da ein Zombie genau durchkommt. Selbst wenn es so sein sollte, können wir ihn umhauen. So. Gucken wir mal. So, den bräuchten wir reparieren. Ach, cool, Digga. Ach, nice. Okay, es kostet tatsächlich ein Waffenreparaturkit, um ihn zu reparieren. Ist nicht das Problem. Man kann ihn aber sogar modifizieren, wie ich gerade gesehen habe. Da bin ich ja mal gespannt, was man da einbauen kann. Vielleicht irgendwie einen besseren Bohrkopf oder sowas. Wäre cool, auf jeden Fall. Also man kann mittlerweile echt alles modifizieren in dem Game. So. Hier schon mal die ersten Stahlgerüste setzen. Dann zieht die Basis auch mittlerweile nach was aus. Der Tunnel wird auch noch richtig schön ausgegraben, auf jeden Fall. Alles mit Beton ausgelegt. Haben wir noch ein bisschen was? Ja. Komm, den können wir eigentlich komplett dafür hernehmen. Dann kann das Ding schon mal komplett austrocknen. Mein Eingang kann ich so lassen. Also zumindest die Horde hat sich dafür nicht interessiert. Das heißt, ich war weit genug mit meinem Eingang weg von der Horde. Sodass sie mir nicht die Bude einrennen. Oh, wie viel Beton haben wir jetzt noch? 55. Ah, 5 Stück gehen noch sogar. Okay. So. Dann können wir eigentlich einmal oben noch entlang graben. Aber ich müsste erstmal Dinge ablegen. Ganz dringend, glaube ich. Hier muss man jetzt dementsprechend aufpassen, damit ich nicht zu hoch ruddel. Ist jetzt das Problem, dass die Erde relativ schnell weg ist. Da ist man eigentlich besser mit der Schaufel dran sogar. Ich möchte nicht zu viel wegraben. Aber ich glaube, es geht. Ein bisschen Konzentration. Dann funktioniert das. Oh. Wir brauchen viel mehr Benzin noch. Also ihr müsst dringend die Fässer in Benzin umwandeln. Und wir haben 21 Fässer Benzin. Knappheit herrscht bei uns zumindest nicht. Da noch. Da noch. Da noch. Sehr schön. Ah, so sieht das Ganze doch gleich viel besser aus. So, dann gehen sie unten. Unten können wir dann allerdings auch schon mal die erste Truhe platzieren. Auch wenn die später nochmal wegkommen. Aber wir können, glaube ich, hier echt schon mal die erste Truhe irgendwo hin platzieren. Dann kann ich schon mal ein bisschen was am Inventar ausräumen. Hier und hier unten lagern. Müssen wir wenigstens ein bisschen Platz hier unten bekommen. Ja, komm. Wir bauen die mal hier hin. So, da kommt erstmal der ganze Mist rein, den wir jetzt nicht brauchen im Moment. Wie das hier. Boah. Das, 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 das. Den Ofen können wir eigentlich gleich mal hin auch platzieren. Ich müsste mir nur nochmal kurz ausdenken, wo ich genau das Zeug hin platzieren möchte. Guck mal. Das kann alles weg. Das kann weg. Die Schmiede könnte ich eigentlich echt gleich hinbauen. Jetzt ist die Frage, aber wo... Naja, ich würde erst noch ausgraben. Denn die kann ich nicht neu setzen. Dann müsstest du abreißen. Müsstest du aber erst komplett leer machen und allen vor und dran. Ist ein bisschen aufwendig. Hört sich gerade angehört wie ein Schreier. Aber bis jetzt kam noch keiner. Wird allerdings später sehen, wenn ich hier die Schmiede habe und mit dem Erdfrauer erschaffe, wird ein Schreier kommen. Das lockt die nämlich leider extrem gut an. Aber deswegen kommen die auch sehr gut vorwärts. Boah, ich nehme den Erdfrauer. Zum Abstand das beste Werkzeug, das sinnvollste Werkzeug in dem ganzen Spiel. So, einmal nachladen. So, dann machen wir hier hinten schon Schluss und machen hier tatsächlich mal hier die Schmiede tatsächlich schon hin. Komm, ich platziere die hier hin. Dann bauen wir einfach ein bisschen außen rum. Ja, komm. Hier kommt sie hin. So, dann machen wir einmal Holz rein. Dann kommt hier einmal Metall rein. Und Clay rein. Und die zwei Stühle kommen noch mit rein. So, das wird dann praktisch meine Hauptschmiede werden. So, das hier. Das hier. Und wo sind die zwei Stühle? Hier. Und einschalten das Ding. Dann kann das jetzt schon mal vor sich hin brutzeln. Und wir können hier später dann auch das Metall herstellen. was wir brauchen für die Basis oder für die Werkzeuge und so weiter und so fort. So, Minibike ist mein nächstes Ziel eigentlich. Wenn wir jetzt genug Stahl zusammen haben, ist ja momentan immer eine andere Basis in der Herstellung, würde ich eigentlich erst erstmal um das Motorrad kümmern wollen. Ich denke gerade, die Autos interessieren mich doch wirklich sehr. Ich glaube, den einen oder anderen garantiert auch, der das jetzt vielleicht hier guckt. Da, da, da. So, da noch eins, weiter weg auf jeden Fall. Ja, dann würde die Folge leider doch. Hauptsächlich wird es dann wieder eine Baufolge werden. Das heißt, ich muss nämlich eher, ich beschränke mich jetzt dann wieder auf die Nacht, dass ich da hauptsächlich abbauen werde und tagsüber dann eigentlich looten werde. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen besser timen. Das lag jetzt leider dann an mir. Hier weg. Da müssen wir noch weg. Okay. Okay, wir werden gleich noch eine... Ah, guck mal, da war eine Klaue in die Draht, oder? Nee. Aber irgendwo müsste in die Draht wieder kommen. Wir werden auf jeden Fall hier gleich auch die zweite Schmiede noch mit reinbauen. Das machen wir gleich, wenn wir zurückgehen, um Benzin zu holen. Äh, werde ich gleich mit zwei die Schmiede bauen, damit ich hier jetzt dann auch schon mal anfangen kann, äh, Steine einzuschmelzen auf jeden Fall. Damit wir die Betonherstellung dementsprechend, ja, nicht, dass sie nicht zu mal liegen kommt. Guck mal, hier können wir eigentlich dann schon mal... Elf Stück schon mal, sehr schön. Ah, guck mal, hier können wir gleich nachlegen. Läuft, läuft richtig gut. So. Dann geht es jetzt erstmal zurück. Wir brauchen jetzt erstmal Benzin. Ganz viel. So, da lang. Ah, guck mal, da trocknen wir bereits das Erste. Also jetzt erstmal zurück wieder zur Basis. Hier wird dann auch noch ausgebaut und so weiter und so fort. Also wir haben noch relativ viel Ausbau momentan vor uns. Aber jetzt dann erstmal Benzin. Ah, da haben wir auch noch 10.000 Autos in der Autowerkstatt, die wir ausschlachten können. Es läuft. Es läuft richtig gut. Ich freue mich schon auf die nächste Horde. Nächste Horde ist, äh, erst Tag 28. Aber, da kommen wir jetzt relativ zügig hin. Obwohl wir das hier jetzt dann nicht wieder Zombies nachgesponsiert sind. Aber da ich jetzt mein Bett neu platziert habe, man sieht es jetzt oben. Jetzt ist es wieder gesetzt. Dementsprechend sollte da jetzt erstmal nichts passieren. Aber wir können mal ein Minibike ein bisschen ausräumen hier noch mit. Ah, auch hauptsächlich Nahrung drin. Na, fast. So, ein bisschen Energie. Sehr schön. Guck mal, da können wir eigentlich auch nochmal, nachdem wir jetzt gerade komplett hingerichtet haben, das Ding. So, Essen kommt hier rein. Dann haben wir, da haben wir noch Fleisch. Das hier. Leder kommt hier mit rein. Nitrat nicht. Wie sieht es aus mit Stahl? 80 Stahl. Wunderhübsch. Boah, nochmal 104. Es läuft. So, guck mal, da können wir noch aufteilen. Dann haben wir Steine haben wir wieder ohne Ende. Können wir direkt hier mal reinhauen. So, 2000. Hier haben wir 900. Dann haben wir hier das und das und das. Und können gleich mal Tonbüschung herstellen. So, dann können wir hier wieder Zementen-Auftrag geben. 400 Stück nochmal. Sehr schön. 1400 sind sogar noch in der Produktion momentan. So, dann kann das hier rein. Das hier rein. Das hier rüber. Das hier hin. Und die. Na komm, können wir auch gleich mit reinpacken. Die kriegen wir eh gleich wieder voll. Also, der Erdboer ist halt mega krass. So, das hier rein. Wobei, wir nutzen mal die Gelegenheit und sortieren mal ein bisschen. Ja. Komm. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen, irgendwann müssen wir sortieren. Zwangsweise. So, die Schusswaffe kann weg. Die Pfeile können weg. Äh, Nitrat haben wir noch. Kolzkohle haben wir hier noch. Äh, die Ranch kann weg. Die Dreier Ranch behalten wir auf jeden Fall erstmal. Dann. Das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Die können wir gleich zerlegen. Die Stühle belassen wir so hier drin. Metall. Der Speaker. Oh, wir haben sogar mittlerweile. Also, wir werden uns auch noch mit Strom befassen auf jeden Fall. Allerdings erst ein bisschen später. Aber kommt definitiv auch noch. Äh, der Messbecher kann hier schon mal rein. Boah, was machen wir damit? Das kann hier rein. Das eigentlich auch. Die Pläne habe ich jetzt, glaube ich. Ja, genau. Die Pläne habe ich alle hier drin. Auch das Zeug zum Verkaufen. Ja, auch das Zeug zum Verkaufen unter anderem. Das bleibt dann auch erstmal hier. Hier haben wir, glaube ich, Klamotten. Genau. Hier haben wir Klamotten drin. Man findet mittlerweile viel, viel weniger Klamotten. Also, es waren früher viel, viel mehr Klamotten, die man gefunden hat. Da haben sie echt eingespart mittlerweile. So, das hier. Den misst hier. Äh, ja komm, die kann eigentlich auch mal erst hier rein. Stahlspitzen auch nicht übel. Halt, Schießpulver hat hier drin nichts verloren. Äh, Reifen. Oh, wir haben drei Reifen. Wir könnten eigentlich jetzt dann schon mal das Motorrad uns angucken. Das war gerade ein Fehler. Äh, das hier. Wann haben wir hier Tablettenzeug. Das kann hier rein. Hier haben wir nochmal Nitrat und Holzkohle. Ich habe ja irgendwo auch eine fertige Schemmel gestellt. Ich glaube, ich habe da sogar schon Schießpulver in Auftrag gegeben, um mir Munition herzustellen. Da müsste man vielleicht auch nochmal nachgucken. Die habe ich auf der Karte allerdings markiert. Die werden wir auch wiederfinden dadurch. So, das Ding hier kann weg. Haben wir hier nochmal ein Nahrungsmittel. Dann haben wir noch eine Weste. Oh, da müssen wir mal gucken, ob da vielleicht was Besseres dabei ist. Ah, halt. Wiretool haben wir hier noch drin. Ja, das war die falsche Taste. Was haben wir hier noch drin? Ah, ein bisschen Motorzeug auch. Motorzeug habe ich, glaube ich, schmeißen wir hier mit rein. Äh, Pläne kommen da rüber. Hier haben wir 20 Blutkonserven. Okay. Mach die hier. So, Wiretool haben wir mittlerweile auch. 2000 Stück. Da können wir auch mal ein bisschen was zerlegen, auf jeden Fall. So, das hier. Das hier. Die Knochen können hier rein. Kleber können wir mal noch ein bisschen herstellen. Äh, trübes Wasser und Knochen. Wir brauchen auf jeden Fall nämlich wieder Kleber. 15 Stück. Das wäre nett. Kleber. Äh, eine Minute. Ja, das reicht auf jeden Fall. Guck mal, hier Gemüse eintopft. Momentan sind wir allerdings noch nicht unernährt. Wir müssen aber gleich mal gucken. Ich glaube, wir müssen demnächst wieder mal Nahrung ein bisschen reinhauen. So, hier können wir mal die Hälfte rausnehmen. Und das kann weg. Und das bleibt. Die können weg. Das kann weg. Das kann weg. Der Kompon-Bogen kann weg. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen was zerlegen. Wir nehmen uns mal die hier. Das hier. Den hier. Und auch die Taschenlampe wird zerlegt. Wir haben einfach genug davon. Und noch mehr aufzuheben wäre einfach sinnfrei. So, das hier. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir brauchen das, das. Ich glaube, Kleber war es. Oh, 37. Oh, wir haben hier 37 Kleber drin. Äh, für einen Blase-Balk. Ich würde mir gern. Ach, Klebeband und Nägel. Uh, Klebeband muss man, glaube ich, herstellen. Nägel haben wir. Das weiß ich. Klebeband muss man tatsächlich herstellen. Ist aber mit den 37 Klebern nicht das große Thema. Äh, Klebeband. Ach, mit Stoff. Ich habe gedacht, mit Papier. Äh, Stoff 38. Nur 38. Ich würde mal auf jeden Fall 10. Ist nicht verkehrt. Okay, Klebeband, Nägel, Blase-Balk. Sollten wir jetzt alles haben. Richtig. Ah, mit geschmiedetem Eisen muss ich das Ding reparieren. Meine Werkbank sollte ich aber auch reparieren. Ja. Nicht, dass die noch irgendwann kaputt geht. So, Blase-Balk haben wir. Dann kann das Zeug hier weg. Das kann raus. Das kann raus. Das kann auch raus. Die Mechanical Parts können weg. Hier kommt das rein. Sehr schön. Äh. Gucken wir mal kurz nach. Läuft das Ding unter dem Motorrad? Tatsächlich. Motorcycle. Okay, wir brauchen den Rahmen. Wir brauchen dafür. Haben wir? Klebeband, Leder, Erectal Parts. Mechanical Parts. Haben wir eigentlich alles. Stahl haben wir. Wir können das Motorrad bauen. Drei Räder haben wir. Einen Motor haben wir. Richtig. Batterie haben wir. Wir bauen uns... In der nächsten Folge bauen wir das Motorrad zusammen. Das machen wir auf jeden Fall. Äh. Das war's für die Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Macht's gut.